Liebe Freunde hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld und jo hier zu unserer Kolonie. Hier diese Quartiere sind demnächst bald fertiggestellt. Wir versuchen hier auch noch mal zu gucken was es hier mit diesen Bean Stuff hier auf sich hat. Ja wird noch interessant ihr Lieben. Wird noch interessanter. Naja werden wir sehen. Wir lassen noch mal laufen. Da ist ja die Nachtruhe. Was macht eigentlich Navarro so? Ah der repariert die Sachen hier. So. Ja so langsam stehen die Leute auf. Nur noch vier Tiger hier. Oha. Warum sind die tot? Oh die haben sich gegenseitig äh. Naja. Können wir jetzt auch nicht ändern. Okay wir haben jetzt genug Floor. Gezittische Stuff wird auch schon angebaut. Wir sollten vielleicht mal wieder Mais anbauen. Oh äh vom Beehive wurde schon extrahiert. Wir müssen mal gleich gucken. Ähm wo ist denn hier... Oh das ist immer so ein Kampf ne mit meinen Augen. Hier so. Äh Bartlett Plant. Ne 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 ne. Ja der Plant. Hallo. Sweetheart, Eiche, Fasern, Kakaobaum. Hä Leute. Hallo. Wieso sehe ich das nicht? Das ist doch hier Mais. Ah hier Mais Pflanze. Hallo Harvest. Hier nur Anbau. So super. Wir haben jetzt äh eine Mild Queen und Mild Drones. B-Wax haben wir nicht. Doch hier haben wir zwölf. Ja wir warten nochmal ab. Mild Honikam. Hm? Hm? Mild Honikam. Wiederhole für immer. Mild Honikam. Okay. Waren wir mal. Mild Honikam. Ah ne 5. B-Wax. Aha. Ah ne 5. Sehr interessant. Ah ne 5. B-Wax. Lassen wir mal weiterlaufen. Ja, es sieht so ein bisschen scheiße aus, aber das gehört dazu. Er ist hier nochmal dicht gemacht. Stromkabel haben wir jetzt überall. Sehr gut. Modern Furniture abgeschlossen. Irgendwas passiert hier. Eieiei, die sind nicht ohne. Haben auch Pistolen und so einen Scheiß. Was war die Meldung? Was war die Meldung? Was wir jetzt machen werden, ist, ähm... Ich werde mal versuchen, das jetzt dadurch mal zu automatisieren. So. Und zwar... Wir werden ja jetzt im Sommer angegriffen. Dann... Will ich hier... Nee, wie war das nochmal? Ich will dann mal... Wenn wir schon angegriffen werden... Angriff, ja. Nein. Umbenennen... Auto, ja. New Policy. Umbenennen... Angriff. So. Ähm... Ich will mal kurz gucken, wenn ich das hier switche. Wo war das nochmal? Bei, 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 bei... So, hier. Ähm... Angriff. Nee, ist nicht geändert worden. Work. Ach so, Auto. So. So, wenn man hier Alarm macht... Aha, 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 aha. Das müssen wir noch alles ändern. So. Ähm... Angriff. Angriff. Angriff ist folgenderweise... Es wird... Nicht gearbeitet. Es wird... Nicht gearbeitet. Angriff, ne? So, super. Ähm... Dann gibt es folgendes. Ähm... Es gibt... Eine Bekleidung, die heißt... Sommer... Angriff. Ändern. Ähm... Outfit erstellen. Sommer... Angriff. So, hier... Alles verbieten. Kopfbedeckung... So, Kopfbedeckung... Kopfbedeckung... Wollen wir folgendes... Schutzhelm... Schutzhelm... Stahl... Schutzhelm... Nicht... Ähm... Die sollen... Dann aber... Ihr T-Shirt... Ihr T-Shirt... Ihr T-Shirt behalten dürfen. 50... 50... Bis 100... So, Sommerangriff... So, Sommerangriff... Ist dann... Das hier... Und ich möchte eigentlich... Ja... Ich möchte eigentlich, dass sie... Alle... Das hier tun. So, einmal mal alle auswählen... Die sollen sich mal jetzt... Alle... Umziehen. Wohin geht's hier eigentlich? Und ich... Sakura... ... Ach ja, was ich hier dann auch machen möchte, ist Folgendes. Bei der Zeiteinteilung Wobei das Ich glaube, das lassen wir erstmal Und sich erstmal umziehen Kalom bitte einmal Wo sind die? Die sind hier Noch In den Thronsaal bitte Habenero Thronsaal Thorn Hierhin Es Es hakt schon wieder, Leute Es, äh, ich sag's euch Also Das ist nicht normal Thorn kommt mal hierhin Navarro geht wohin Oh, Leute, das ist echt Oh, das ist zum Mäusemelken, ne? Das ist Zum Mäusemelken Zum Mäusemelken Sobald die sich bewegen Also sobald die sie Sobald die hier stehen, ne? Es ist ein Problem Das wird, oh, das wird echt nervig, ne? Das wird nervig Das wird nervig Olli Sigua Das ist echt ne nervige Angelegenheit Warum hat Bokoi so ne Waffe? Das ist doch Scheiße Sturmgewehr Bokoi, bitte Bewaffnen Ähm Leute, ich bin echt überfragt Was diese Dieses Problem bei der Massierung Der Leute angeht Aber wir kommen ja irgendwie Nicht weiter, ne? Also es ist jetzt nicht so Dass das für uns entspannt ist Also Wir haben anscheinend echt zu viele Leute Aurelia ist auch noch nicht Lithea Lithea mal bitte Ja, was machen wir denn mit Lithea Lithea wird mal hier Die Artillerie Bemannen Und ich muss mal bei den Numbers nochmal schauen Wo denn unser Stuff so ist, ne? Also wir müssen ja gucken Intellekt und Fernkampf Spielt ja ne Rolle Also Lithea Kalom Wäre nice Und Abeneo Also Kalom Und Abeneo noch, ne? Und wer ist bei uns am besten? Was die Na Wo haben wir immer Diese Mörsergranaten hergestellt? Wiederhole für immer Explosives Wen haben wir jetzt hier hingeschickt? Das war Navarro, ne? Nichtschutzhose, Leute Nehmen wir kurz Olli raus Schmiede muss es sein Okay, Schmiede Wer ist unser bester Schmied? Schmieden Olli soll es mal machen Olli soll es mal machen So Die bauen jetzt ihre Verteidigung auf? Menino ist eh blind Menino wartet hier Was macht Anfisa? Läuft noch dahin Derger Zieht sich noch um Olli Arbeitet Barreto Hier hin Tier 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 Rake So Ja, die ziehen sich noch alle um Tier Ein Manager gesetzt. Makoto. Ich bin echt mal gespannt. Und... Will dies hier noch? Zähler? Okay, es geht los. Ja, komm, 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 explodieren. Sehr gut. Gut. So. Ich glaube, die greifen jetzt an. Ähm... Hm. Wie machen wir das jetzt? Ich würde ja mal sagen, dass wir hierhin schießen. Und mit dem auch. Tail kommt hierhin. Blaue Giraffe zieht sich noch an. Okay. Okay. Was ist denn hier los? Hierhin so schießen. Und vielleicht nochmal so hierhin. Und ihr Lieben. Es geht in der nächsten Runde weiter. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi. Peню. Chao. Vadивает Hsound. Eher grinding husband. pierre. Molt động. Ohne. Vielen Dank.